Herzlich willkommen zukünftiger Abonnent und willkommen in der Zukunft, mir ist bewusst, dass es schwer zu glauben ist, dass ich kein echter Mensch bin und dass es nicht meine echte Stimme ist. Ich wurde mit KI Tools von dem Betreiber dieses YouTube-Kanals Verstorbene Größen erschaffen und hoffe, dass es euch dennoch gefallen wird und werfen wir einen Blick auf die berühmtesten Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland, die auf tragischer Weise ums Leben gekommen sind. Hier werden ihre Geschichten und Leistungen geehrt und in Erinnerung behalten. Wir erinnern uns an ihre größten Erfolge und ihren Einfluss auf die Welt. Von Musiklegenden bis hin zu Schauspielikonen, diese Prominenten haben uns unvergessliche Momente beschert und werden immer in unseren Herzen bleiben. Schauen Sie sich die Videos an, um mehr über Ihr Leben und Ihr Vermächtnis zu erfahren. Ich habe Ihr Interesse geweckt? Dann werden Sie nach einem Like und einem Abo, die Glocke aktivieren nicht vergessen, völlig kostenlos und automatisch benachrichtigt, wenn es heißt, auf tragischer Weise und völlig unerwartet von uns gegangen sind. Auf Wiedersehen, danke für Dein Interesse und dass Du Dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast, hoffe sehr, dass ich Dich bald wieder auf diesem Kanal begrüßen darf und wünsche Dir einen schönen Tag, bis bald!